Das Institut für Potenzialentfaltung unterscheidet zwei Ausbildungsgänge. Zum einen die Ausbildung zum Kindercoach. Kindercoaching bedeutet, dass Sie mit einzelnen Kindern themenbezogen arbeiten, im Schnitt vier bis sechs Stunden pro Coaching. Das ist so die Hauptaufgabe. Aufbauen zum Kindercoach, wenn Sie sagen, ich möchte feste Anlaufstelle für das IPE, für das Institut für Potenzialentfaltung sein und dauerhaftes Training anbieten, dann haben Sie die Möglichkeit, bei uns auch die Kindertrainer-Ausbildung, die Potenzialtrainer-Ausbildung für Kinder und Jugendliche zu machen. Heißt, wir satteln da noch oben drauf, machen Gehirntraining, machen Training zur Bildung von Synapsen, wo es darum geht, die Basis zum Lernen, zur Einstellung, zum Leben dauerhaft zu geleiten und zu begleiten. Trainer coachen auch und haben regelmäßige Gruppen, die Sie anbieten können als Trainer. Und auch hier ist das Partnerschaftsprogramm im vollen Umfang da. Sie können die Marken nutzen. Noch ergänzend Marken dazu, eine typische Marke für das Training ist das TipTap2. TipTap2 ist eine Methode, wie wir mit den Kindern arbeiten, zum Beispiel über bilaterale Hemisphärenstimulation. Das heißt, die Involvierung der beiden Gehirnhälften auf eine bestimmte Art Blockaden zu lösen. Zum Beispiel, wenn das Kind Angst hat vor einem Fach oder vor einer Situation, dann lösen wir diese Blockaden. Es ist mehr Energie im Körper, mehr Energie im Kopf, das Lernen fällt leichter. Und so haben wir die Möglichkeit A, dass Sie sagen, ich möchte Kinder-Coach sein für mich, für das EPE, oder ich möchte die große Anlaufstelle sein. Ich biete A-Coachings und Gruppentrainings. Ich biete A-Coachings und Gruppentrainings.